So, hey sehr und konnichiwa, willkommen zurück zum Mario Galaxy. Und wir sind immer noch hier, wo wir diese komischen Schalter bewegen müssen. Zack und hopp und hopps. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt ein bisschen schlauer an. So, ab. Die Restlichen sind mir jetzt mal egal. Ey, was mache ich denn? Okay, dann wollen wir schon. Kann ich aber wenigstens. Ich will doch nur da drauf, Mann. Ist das zu schwer? Anscheinend ja. Denn ich kann es nicht. So, die habe ich schon mal. So, das passt. Worms. Was? Was war das? Ey, das war ja zwar völlig... Hä? Okay. What the hell? So. Du dich, Mario. Du dich. Haha. Schön durchgekommen. Und... Goomba! Ich muss V-Hawk nach so einem Goomba-Sound fragen. Ich will denn irgendwie haben. So Okay Wow What Okay, okay So, was ist das? Okay Da ist eine Röhre, goll Ab in die Röhre, ab in die Röhre, ab in die Röhre Huh? Und was ist jetzt von mir verlangt? Dass ich dem wahrscheinlich auf die Bimse springe Ja, so ähnlich Okay Das hört sich ja nicht gerade Elegant an Alarmsignal Boom Moment, ich muss mal kurz was gucken Ich habe gar keinen Sound Dann würde ich eigentlich Eigentlich ja, wenn sie auch Sound hören Ah, was mache ich denn? Für ein Mist Ja, ich höre sogar Sound Coole Sache Äh, Sternteile Ich will die Sternteile haben Da ist ein Stern Nein Okay Die Musik hat aufgehört Ähm Boom Näh Nein Nein, noch nicht Ganz Nein Bleib Da, genau Oder musste ich das gar nicht machen? Wow Was bist du denn? Komm in den Blumenladen Äh Ja, kaufen 30 Sternteile One up Komm Fristig leer Ah, naja Dann wollen wir mal Leben kann ich nämlich gut gebrochen Ihr wisst ja, wie doof ich eigentlich bin Diese Sternteile Ich mache den Sound lieber aus Der nervt mich nämlich gerade ein bisschen Ja, aber nur ein kleines bisschen Wenn ich den Sound der Wii-Fermedienung anhaben soll Dann sagt das Was ist Eine Untertasse? Nein, ein riesen Beyblade Wieso denn, wie mache ich den denn? Okay, so mache ich den Den Sternteile, Baby Okay Wow, jetzt kommen die Großen Jetzt kommen die, äh Ja, keine Ahnung Das war ja Mal mehr als Fail Aber wenigstens ist er zerstört Mir kann nichts mehr passieren Ich nehme noch die Münze mit Damit meine Punktzahl hier ein bisschen höher ist Und jetzt Zip Busch Nehme ich den Stern an mich In dieser Mission Budebum Ich bin gar nicht sicher Gibt es hier noch irgendwas zu tun? Na egal Wir finden das auf jeden Fall noch heraus Wir sehen ja, ob da noch irgendwas ist Irgendein Stern oder irgendein What-A-R-R Ähm 22 Sterne Ja Nicht schlecht Ja, ich würde das gerne speichern Gespeichert So, zack und zurück Das Ganze Oh, okay Neue Galaxie Bam Bam Galaxie Oh, das sieht ja mal scheiße aus Ey, das sieht mal echt scheiße aus Bam Bam Galaxie Ähm, was muss ich denn da machen? Renn und musizier Ey, ne Das sind jetzt nicht verschwindende Bodenplatten Mit Musiknoten drauf, oder? Äh, ne Sieht nicht so aus Hä? Ich hoffe nicht, weil das wird dann Naja Der hat eine Brille auf Okay, Brilly Dieser Dieser Boden verschwindet Wenn einer auf ihn tritt Pass auf Hey Du bist schlau, Brilly Brille Brülli Ich hinterlasse mir noch ein paar Wer weiß, wozu das gut ist Das ist gefährlich Sprechen an Ich bin hier herumgelaufen Aber der Boden ist unter mir verschwunden Oh Hier das Sternring Gebüß Ey, das ist doch Nein Oh, das kann wieder ein bisschen dauern Boah Ich wette, ich hab das jetzt schon voll falsch gemacht, oder? Ufa Ne Ey Beim ersten Ich dachte, das wäre schwerer Wumms Das war ja mal leicht Also, ich hab mir das jetzt schwerer vorgestellt Sehr viel schwerer Hm Na, so kann man sich täuschen, Leute So einfach geht das Hä? Ähm, dafür speichere ich jetzt aber nicht extra Bam, 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 galaxie Bam, bam, bam Wie kommen die auf den Namen? Äh, abbrechen Und hoch Und Kammfelsengalaxie Anflug auf Risikokomet Oh Okay Machen wir einfach mal den Risikokometen Mal gucken, was das hier für eine Mäse-Scheiße ist Ich glaub, das ist unser erster Risikokomete im Spiel Ein Anflug auf dem Risikokomete Okay Risikokomete Die Bedrohung Moment Sind das nicht so Missionen, wo man nur Einen Energiedingens hat? Ich glaub, ja Wie ist der Shane? Oh ja Nur ein Lebenspunkt Ich versuche gar nicht großartig Gegen die Teile zu kämpfen Denn das Hallo Denn das würde nur schief gehen Ah Okay Zack Und zack So Jetzt Ähm Wird Entere Sand Es wird entere Sand Noch einmal Wir machen das natürlich noch einmal So lange bis es Klappertutzt Muhaha Ey, so spart man sich weg Ganz einfach Jetzt aber Wumpf Komm her, komm her Ich sag grad wieder nichts, dass ich mich konzentrieren muss mit Ein Allian Ist das ein bisschen schwer Na, jetzt hab ich mich ein bisschen doof angestellt Gebe ich ehrlich zu Ich geb ehrlich zu, dass ich mich doof angestellt habe Das war knapp Und hier waren ja auch Sternteile Dann nehme ich hier noch Sternteile mit Ich aber nicht Ich lass dich in Ruhe So Diesmal schaffen wir es aber Ich bin Hoffnung Voller Hoffnung Komm Nein, nicht du Boah, was hab ich da gemacht Ähm Nein Nein Ha Na, ich denke mal, wenn wir diesen Stern haben Dann Werde ich auch das Spiel für heute Dann habe ich drei Parts heute für euch aufgenommen Vom Mario Galaxy Darüber würdet ihr euch nicht nur freuen Darüber freut ihr euch natürlich auch Just in dem Moment, wo ihr das guckt Äh Ich wollte doch nur da hochspringen Ist denn das so schwer? Ja, ist es Für mich Jebfalls Egal So Worms und Dems Direkt auf den Deckel Ich versuche das jetzt mal ganz kurz ohne kommentieren Vielleicht geht das dann ja Aha Sehr schön Mäh Rang Oh, weiter Jetzt wäre ich fast dagegen gelaufen So einfach So einfach So einfach So einfach Was war das geht? Die Bidi-Winion Ich schüttel euch hier rum Mal ehrlich Ist doch nicht mehr lustig Ja, ich wette Ihr lacht euch jetzt den Arsch ab Egal Ja, ich bin schon ein bisschen müde Jetzt haben wir mittlerweile 1,20 Uhr 6 Und Ja, die Müdigkeit Schleckt langsam zu Und jetzt aber Zack Nochmal Kapisch Ja, jetzt haben wir es geschafft Sogar noch in der Zeit Ist das nicht schön So, wir haben jetzt Das war glaube ich wirklich der erste Risikokomete in dem Spiel Und den haben wir Mehr schlecht als recht gemeistert Ähm Aber Wie viele Sterne haben wir jetzt eigentlich? Wir haben 24 Sterne jetzt Zack Und 451 Münzen Ja, natürlich speichere ich jetzt Zack So Ich speichere jetzt Und sage Dementsprechend Das war mal Wieder euer Keanu Ups Ja, das war mal Wieder euer Keanu Mit Let's Play Mario Galaxy Für heute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal